so ich bin so weit wir können hallo ich bin happy kerkeling und wir sind hier im studio für den neuen disney film die eiskönigin völlig unverfroren und ich gebe meine stimme olaf olaf ist ein schneemann und passt ja auch irgendwie zur eiskönigin ich habe mir schon immer eine nase gewünscht so süß ich sehe aus wie ein kleines einhorn baby ja so probieren wir es ich habe mir schon immer eine nase gewünscht so süß wie ein kleines einhorn baby bisschen schneller ja noch ich habe mir schon immer eine nase gewünscht so süß wie ein kleines einhorn baby super dann gehen wir zu take 200 ja ganz seriöses arbeiten hier man muss sich in die rolle wirklich rein versetzen aber es jetzt nicht besonders viel schlau und seine klugheit kommt durch das herz und das will gespielt sein das ist nicht so einfach so welchen take haben wir jetzt ist es das na ja man hört es ein bisschen an meiner stimme die klingt auch so ein bisschen frostig weil der schneemann ist auch sprachlich und stimmlich eine echte herausforderung also die töne gehen sehr weit hoch sie gehen sehr tief runter es ist die gesamte skala in aller emotionen und es ist sagen wir stimmlich nicht unanstrengend aber es macht sehr viel spaß die nase ist ja noch viel toller wollen wir vielleicht noch mal von vorne anfangen die nase ist ja noch viel toller wollen wir vielleicht noch mal von vorne anfangen jawohl ich bin olaf und ich liebe umarmung und ich liebe umarmung ich bin oder und ich liebe umarmung